Hi und willkommen bei meinem Mittwochs-Video. Ich muss sagen, bei mir und meinem Umfeld habe ich zurzeit öfters wahrgenommen, wie Leute davon reden, dass zurzeit viel nix Zinsen seien und auch viele über das Thema Geld reden. Und dann bin auch ich ins Grübeln gekommen, weil ich bei irgendeinem Auszug vor kurzem festgestellt habe, dass ich keine Zinsen mehr auf mein Girokonto bekommen habe. Und dann wollte ich auf jeden Fall wissen, wieso das so ist. Und dann habe ich auf jeden Fall, erstmal habe ich meiner Mom Bescheid gesagt. Die hat dann eine nette E-Mail an die Bank geschrieben und hat dann auch eine Antwort bekommen, dass das ist, weil ich jetzt auf ein Erwachsenenkonto umgestellt wurde. Schade. Und dann habe ich auf jeden Fall überlegt, was ich jetzt mache, weil ab einem gewissen Zeitpunkt zahlt man Kontoführungsgebühren oder so. Und ja, da habe ich mir so gedacht, naja, ist ein bisschen doof, wenn man keine Zinsen kriegt, aber dann Kontoführungsgebühren zahlt. Und dann habe ich auf jeden Fall, was ich aber trotzdem an sich eine sinnvolle Sache finde, nämlich, dass die Mitarbeiter der Bank dafür, dass sie ja für dich arbeiten, sozusagen einen kleinen Prozentsatz Geld bekommen. Und es ist ja nicht so, dass du alleine das zahlst, sondern dass es jeder tut. Das ist wie Steuern. Und ja, auf jeden Fall finde ich das okay und ich finde es auch gut. Aber ich habe dann auf jeden Fall, weil ich eben keinen Zins mehr bekommen, habe ich dann vor kurzem, eigentlich war es gestern, unsere Bank-Sachbearbeiterin angerufen. Hallo an dieser Stelle, falls sie es ansehen sollte. Und ich muss sagen, ich war extrem froh, dass ich jemanden hatte, eine Ansprechstelle, weil ich hatte viele Fragen, die mir dann einfach, die ich mir dann im Internet teile, das habe ich dann schon gegoogelt. Aber die Infos, die ich da bekommen habe, die waren halt nur teils richtig. Ich wollte zum Beispiel wissen, wie mein Zinssatz auf meinem Sparbuch ist oder kann ich auf mein Sparbuch direkt überweisen. Für jeden, der das in einer ähnlichen Situation ist, ja, kann man. Dann habe ich noch die Frage gehabt, wie das so ist mit dem, ob ich Geld direkt vom Sparbuch abheben kann und ob ich für Sparbuch, wenn man nur ein losblattes Sparbuch hat, ob man dann auch eine Karte kriegt oder nicht. Und ich fand das wirklich sehr gut und meine, also die Sachbearbeiterin hat mir das auch sehr gut erklärt. Und da habe ich mir dann gedacht, dass ich eigentlich echt froh sein kann, dass wir so eine gute Sachbearbeiterin zum einen haben und zum anderen, dass es überhaupt Sachbearbeiter in der Bank gibt, weil ich könnte, ich stelle mir das irgendwie total doof vor und schwierig, wenn es da niemanden gäbe und man theoretisch nur Maschinen da hat. Also, dass man in den Bankomaten geht und der für dich das Geld verwaltet, auszahlt und dir dann einmal im Halbjahr vielleicht so eine kleine Nachricht ausdruckt, auf der draufsteht, ja, übrigens. Also, ich finde, ich bin ja jetzt kein soziales Wesen, nach Asperger, kein Geheimnis, aber ich finde, an manchen Punkten ist einfach sehr wichtig, dass man jemanden hat, zu dem man Fragen stellen kann, dem man genauer Fragen stellen kann, der einem antwortet, der einem Tipps gibt und, ja, der einem sozusagen auch so ein paar Arbeitsschritte, was man jetzt als nächstes tun sollte, empfiehlt oder einem auch Tipps, also, hatte ich das nicht gerade schon? Ups. Also, Ratschläge gibt und einem so sagt, was sinnvoll ist, was nicht sinnvoll ist und was ein Schnellschuss ist, weil da neige ich ein bisschen dazu, einfach so schnellstmöglich abschließen, damit ich mich nicht länger damit beschäftigen muss, im Prinzip. Aber ich bin froh, dass es dann einfach sozusagen jemanden gibt, der mir sagt, ist deine Idee, die Idee, die du da gerade im Kopf rumschleppst, sowas wie Auflösen vom Konto, ist das sinnvoll oder eher nicht? Ja, was spricht dafür und was spricht dagegen? Und solche Sachen. Und, ja, das finde ich an sich eigentlich eine richtig gute Sache. Was ich natürlich etwas schade finde, ist es natürlich, dass die Zinssätze zur Zeit so, nennen wir es mal, schlecht sind und dass es einfach gerade auf so gut wie nichts wirklich Zinsen gibt und, ja, also, ich für meinen Teil, ich werde jetzt trotzdem etwas, ich werde es einem so sparen, auch wenn es wenig Zinsen gibt und, ähm, oh Gott, das ist so peinlich, wenn er mitten im Dings so das Augejucken anfängt, ähm, ja, und ich hoffe natürlich auch sehr, dass, ähm, auch wenn es nur ein kleiner Prozentsatz Zins ist, dass da trotzdem irgendwie ein bisschen was dabei rauskommt, weil ich finde, wenn man schon sozusagen das Geld weg gibt, dann, dann möchte ich ja schon eigentlich einen Zins haben. ähm, also, und zwar, man möchte ja eigentlich schon einen größeren Zins haben, aber in diesem Fall bin ich jetzt der Ansicht, besser auf ein Sparbuch, wo man Zins bekommt, das Geld, ähm, drauf lassen, weil man kann es ja dann immer aufs Girokonto zurück tun, wenn man irgendwas braucht oder nicht, aber auf jeden Fall bin ich der Ansicht, dass wenn man dann einfach Zins ist Zins erst mal und auch wenn es wenig ist, es sollte an was bringen, einfach da ein bisschen zu sparen. an sich ist sparen immer eine gute Sache, weil, wie sagt mein Opa immer, man spart im Kleinen, um dann irgendwie sich mal was Größeres zu leisten und ja, das ist auf jeden Fall ein sehr sinnvoller Rat, den er mir gegeben hat und den berücksichtige ich sehr und werde ihn an dieser Stelle auch an jeden anderen, der dieses Video ansieht, weitergeben. Gut, ähm, ich glaube, mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Ich kann jetzt noch sagen, dass ich, ähm, also ich auf jeden Fall froh bin, dass ich, ähm, ein Girokonto habe und ein Sparbuch, weil dadurch habe ich, ähm, immer die Option, ja, es hin und her zu transferieren oder ich habe, ich habe einfach einen Ort, wo ich mein Geld, ähm, habe und einen Ort, wo ich mein Geld abheben kann und es ist einfach auch schön, wenn man, wenn man was hat, wo das Geld erstmal liegen kann und man trotzdem etwas Zins drauf kriegt. Und gut, ja, das ist eigentlich alles, was ich dazu sagen kann und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Mittwoch. Ähm, wir sehen uns dann am Freitag. Bis dahin, tschüss! Und nicht vergessen, falls ihr Fragen habt oder irgendwas, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Aber wenn es Fragen zum Thema Bankführung und sowas sind, tut mir leid, da kennt ich mich auch nicht aus. da, ähm, solltet ihr euch einen Sachbearbeiter fragen, besser. Ähm, falls ihr, ja, allerdings keine Fragen in den Kommentaren schreiben wollt, könnt ihr mir auch gerne auf Facebook schreiben oder ihr könnt mir gerne auch was, ähm, über Twitter schreiben oder ihr könnt mir eine E-Mail schreiben an diebell.riedmeyer at outlook.com Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr euch, wenn sich, wenn ich Fragen bekomme, weil jede Frage, die ihr mir stellt, hilft mir euch zu helfen, die Thematik besser zu verstehen. Und ja, bis dann. Tschö.